Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir spielen St. Martin. Die rechte Hand spielt die Melodie und die linke Hand eine leichte Begleitung. Wenn du mitspielen möchtest, komm her an die Tasten. Die rechte Hand liegt mit dem Daumen auf dem C1. Strecke die Hand etwas, sodass der dritte Finger auf dem F liegt. F, C, Achtung, und jetzt 3, 4, 5, 3. Nochmal. 1, 3, 1, 3, 4, 5, 3. Am Ende der ersten Zeile wechsle ich, springe mit dem zweiten Finger auf das A und spiele A, B, C, A, B, D, C, C, B, A, C, B, B, G, C, A. Wechsel, A, B, E, F. Nochmal am Ende der ersten Zeile, wo St. Martin steht, zweiter Finger auf dem A. 2, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 1. Jetzt, am Ende von Takt 6, springe ich wieder mit dem Daumen auf das C, da steht es an Martin. C, F, A, ich wechsle auf den dritten Finger. A, A, G, F, G, B, E, A, G, A, C, A, F, A, G, G, F. Nochmal das Ende von Takt 6, St. Martin. 1, 3, 5. Auf der gleichen Taste kann ich gut wechseln, auf den dritten Finger. Dann habe ich wieder Finger nach oben, vierter Finger auf B, 3, 2, 3, 5, 3, 1, 3, 2, 2, 1. Ich spiele von vorne die rechte Hand bis zum Schluss. F, wechsel. Jetzt wechsel, zweiter Finger auf A. Wir spielen jetzt die linke Hand. Die Hand liegt in der C-Grundstellung, der zweite Finger liegt auf dem F. F, E, D, C. Das ist die erste Zeile. 2, 3, 4, 5. Die zweite Zeile. F, E, F, E, F, C, E, C. Und die dritte Zeile. Wieder zweite Finger auf F. Vierter auf D. Daumen auf G. Fünfter auf C. Und die letzte Zeile. Und die letzte Zeile. F, E, C, F. Es beginnt die rechte Hand und spielt ein C. Auf das F kommt der zweite Finger links. Der dritte. Links der vierte. Links der fünfte. Nochmal. Jetzt wechsle ich mit der rechten Hand und gehe mit dem zweiten Finger auf das A. links F, links F, links der Daumen, links mit der F und C. Und jetzt der zweite Finger wechsle auf den dritten. Ich spiele weiter im Takt 6 am Ende beim Wort Sankt C. Wieder rechts und links mit dem F. Rechts der Finger wechsle. Links mit dem G mit dem Daumen. Links mit dem C. Links mit dem D. Links mit dem D. Links mit dem D. Links mit dem D. Und am Schluss der zweite Finger auf dem D. Ich spiele jetzt noch einmal langsam das ganze Stück. attempting der Finger auf dem D. Däunerelnelneln. Ja. Ich spiele jetzt wieder. HMC-l". Hier. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Sonst wünsche ich für euch Happy Playing und Tschüss bis zum nächsten Mal.